Es gibt sechs Wochen voller Sommerferientage, bis die Schule beginnt und es ernst wird Und so stellt sich wie jedes Jahr wieder die Frage, was tun, dass es ein toller Spaß wird Wir könnten ins Weltall fliegen und Munien erschrecken, den Eiffelturm hinauf spazieren Was Neues entdecken, das es gar nicht gibt, mit Affen gut einschampunieren Wellen reiten gehen, mit Strom und Licht tankieren und Frankenstands Hirn operieren Es ist hier, auf Bergen Vögel sehen, ein ganzes Land einmal die Schwester mit Bart aus Papieren Phineas! So wie ihr seht, gibt's ne Menge zu tun, bis dann die Schule weitergeht Komm mit Harry! Drum schaut gut zu, denn Phineas und Ferb, die zeigen euch wie's geht Drum schaut gut zu, denn Phineas und Ferb, die zeigen euch wie's geht Mom! Phineas und Ferb basteln an einem Vorspann!